Hallo meine Lieben, hier ist Anni Becker. Ich hoffe, euch geht es allen so weit ganz gut. Ich bin live aus meinem Wohnzimmer oder Arbeitszimmer, je nachdem. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid mit dem neuen Lebensumstand im Reinen oder kommt damit klar. Das, worüber ich heute mit euch sprechen wollte, handelt um ein Turnier, das hier in Hannover stattfinden soll, und zwar das Power of Wrestling Turnier. Das fand ich super spannend und interessant. Und ich bin mir fast sicher, dass es wegen der Corona-Krise abgesagt oder verlegt werden wird. Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, mit dem amtierenden Champion zu sprechen. Meine Damen und Herren, hier live zugeschaltet von seinem Zuhause aus, Robin Grace. Hi Robin! Hi! Wie geht es dir? Gut, ich trainiere viel. Hast du denn die passenden Geräte dafür zu Hause? Ja, so viele Geräte habe ich gar nicht, aber das muss auch nicht sein. Man kann viele Übungen super ohne irgendwelche Geräte machen. Aber so richtig mit einem Partner trainieren geht nicht, oder? Da muss man einen Boxsack herhalten. Und ab und zu schmeiße ich auch mal eine Couchstüßbohenzimmer. Verstehe. Wie siehst du die Chancen, bzw. wann glaubst du, wird das Turnier stattfinden? Schwer zu sagen. Der ursprüngliche Termin könnte sehr schwierig werden, aber noch ist Zeit. Wir gucken mal, wie sich alles entwickelt. Gut, wir hoffen einfach mal das Beste. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute für das Turnier, wann es denn auch stattfinden wird und eine gute Trainingszeit. Danke! Und nicht vergessen, nie aufgeben und immer weiter kämpfen! In diesem Sinne. Tschüss! Hey Brüderchen, wie schaut's aus? Ganz gut, und bei dir? Ja, man tut, was man kann. Mir fällt langsam, wenn ich die Decke auf dem Kopf, ey. Niemals unterkriegen lassen. Vergiss das nicht. Was hast du heute drauf, na? Ach, ich weiß noch nicht. Ja. Ich biete 75 in unter drei Minuten. Boah, das wird schwer. Liebst du für einen neuen Weltrekord oder sowas? Ja, liegt bei 46.001 innerhalb von 24 Stunden. Wow! Wer hat die alle mitgezählt, Alter? Der Typ kann eigentlich auch ins Genesbuch. Ja, eigentlich schon. Also, bereit? Klar, lieber nicht. Okay. Fertig! 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 I don't care if I've got nowhere to go I don't care if I'm only love All I know is the fire inside It burns bright I'll do more than survive I'll thrive I don't care if I've got nowhere to go I don't care if I've got nowhere to go I don't care if I've got nowhere to go I don't care if I've got nowhere to go I don't care if I've got nowhere to go I don't care if I've got nowhere to go I don't care if I've got nowhere to go I don't care if I've got nowhere to go